Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu The Walking Dead A New Frontier. Ja, willkommen zur dritten Staffel The Walking Dead. Ich bin ganz kribbelig und ganz gespannt drauf, wie es endlich weitergeht mit Clem, weiß aber, dass wir sie wohl nur als Nebencharakter spielen werden. Genaueres habe ich mich mit nichts beschäftigt, was das anbelangt, weil ich mich einfach nicht spoilern wollte. Ich bin ganz kribbelig. Ich hoffe nur, dass mein Spielstand aus der ersten und der zweiten Staffel übernommen wird. Ja, die könnt ihr natürlich auch auf meinem Kanal sehen, denn ich möchte natürlich da auch weitermachen, wo ich aufgehört habe und auch meine Entscheidungen natürlich sehen, wie die halt zu irgendetwas geführt haben, ob die zu irgendetwas geführt haben, wie geht es mit AJ weiter, was ist mit Clem, was ist mit Jane, mit der sind wir ja schließlich zum Schluss und mit AJ wieder zurückgekehrt zu dieser Festung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, es ist schon etwas länger her. So, ich möchte nicht weiter um den heißen Brei reden. Wir fangen an. Wähle, wie du deine Geschichte beginnen möchtest. The Walking Dead, eine neue Grenze, kann als ganz neue Geschichte gespielt werden oder als Fortsetzung deiner Entscheidungen aus den Staffeln 1 und 2. Wir nehmen natürlich deine Geschichte fortsetzen. Deine bisherige Geschichte. Möchtest du eine Speicherdatei importieren oder eine Vorgeschichte nachbilden? Speicherdatei 1 importieren. Diese Geschichte fortsetzen. Clem ist mit Jane und AJ in House Hardware. Danach kehrte Clem, AJ und Jane zurück zu House, wo sie sich weigerten, einer fremden Familie Unterschlupf zu gewähren. Geschichte starten. Folge 1 Verpflichtende Bande Teil 1 Als Javier und seine Familie unvermittelt einer anderen Gruppe begegnen, kommt es zu einem Missverständnis, das schnell außer Kontrolle gerät. Wir beginnen. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ich weiß. Okay, ich bin auf meiner Weg. David! David! Hey! Hey, David! Ich musste mich auf mein Auto, und der Schrauben ist einfach für ein paar Kilometer. Er ist tot. Nein, nein, ich habe versucht. Du bist ein Scheiß, du kennst das? Einmal, nur das eine ganze Zeit, die du hier brauchst. Ich habe versucht, bitte, ich habe versucht. Oh, du hast versucht, du hast versucht, du hast versucht? Jeder ist hier, sie sind hier für ein paar Tage, und wo warst du dich? Wir sind da, all around ihm, Menschen, die ihn lieben, all around ihm. Und er ist schade. Ich sehe die Panik in seinen Augen, und er ist schade, die room. Wo ist Javier? Wo ist mein Kind? Ich bin da, neben ihm, auf dem Hand, wie ein guter Junge. Und er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht, weil er schaut für dich. Du denkst, du denkst, dass es ein Millionen Plätze, die wir lieber sein würden? Du denkst, dass wir alle mussten machen müssen? Er war mein Vater, auch. All right? Ich meine, du bist nicht... Du bist nicht derjenige, der mit dem, das zu tun. Und was ein guter Junge, du bist, du bist. Uncle Javi? Warum bist du kämpfst? Ich kann dich von innen. Wir waren nur, äh, reden, Gabriel. Right. Ihr Uncle und ich sind einfach ein bisschen Gespräch. Go inside, Mijo. Wir werden in eine Minute. Go on. Es geht nicht. Innen. Come on. Ich sollte jemanden holen, holen den Körper. Ja. Ja. Ich liebe dich, kleiner Bruder. Du kennst das, oder? Mit allem, was er passiert? Na, du hast eine ziemlich lustige Art von zeigen. Du denkst, dass ich dich schweig warst. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nichts. Na, ich war. For ein langes Mal. Du hast mehr verloren, als ich noch mal habe. Aber vielleicht kann etwas gut auswählen, aus all das. Weil wir brauchen dich hier. Es ist Zeit, um zu leben. Du kannst nicht weg von diesem. Nicht mehr. Entschuldigung. Ich habe meine eigene Leben. Ich werde hier für das Geheimnis. Und dann bin ich weg. Dann ist das. Javi. Kate. Ich bin so sorry, Javi. Ich bin so sorry. Danke. Let's go inside. Your mom needs you. What happened? Come on. Hmm. Mama! Mama... Where were you? I tried. I tried, I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. Uncle Hector's taking care of it. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. I can't connect. They say that there is no service. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Vipo's awake. The Walking Dead. A New Frontier. The Walking Dead. A New Frontier. The Walking Dead. That must be a totaler Schock for the family. The Walking Dead. Rafa? How can this be possible? Oh, passt das nicht an. Nicht. Papa, Papa, kálmate, soy yo, David. Estás en tu casa, kálmate. ¿Qué estás haciendo? Él está loco, el atacó a Héctor. Solamente está confundido. Oh, mamá. Oh, mädel, pack das doch nicht an. Oh, my God. Oh, my God. Es ist okay. Es ist okay. Mama, du bist okay. Du bist okay, mamá. Papa, help him. David. Ich bin sorry, Papa. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Keys. Where the fuck are the keys? Take dad's car. Keys are on the dash. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana. Where are you? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey. We have to go. Oh, nein. Geht auch immer mit Action direkt los, ne? Och. Huh. Die Gegenwart. Die sieht nicht vielversprechend aus. Krieg ich gern da und? Die. Dammit. Ich habe meine Wasserbottel. Hurt hat gerade da. Just unter vier Stunden. Komm schon. Wir sollten weitergehen, während die Kinder sind in der Nacht. Ja. 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 Es sieht aus, dass die Hürde etwas steigt. Ich dachte, dass es in Südwest ist, aber ich bin nicht mehr sicher. Ich denke, dass wir nur ein paar Mal nach unten stehen und warten, um es zu passen. Ich kann es nicht schreien, dass wir uns in der Mitte kommen. Es bleibt einfach. Es ist langsamer, aber es macht es schwer. Es macht es fühlen, dass wir in Kontrolle sind. Hey, du bist mit dem Notebook. Ich lasse diese Entscheidung zu dir. Cool. Awesome. Weil ich nur diese Sache benutze, um es zu schicken. Ich sollte, dass ich etwas dazu schreiben? Wir werden es herausfinden. Wir immer machen. Hey, ich werde einen Schmuck nehmen. Ich kann nicht glauben, dass du Weed gefunden hast. Bist du schützt? Die Leute haben wahrscheinlich das zu schützt, bevor sie wussten, sie brauchten Essen. Okay, einfach... Ich weiß nicht, mach es schnell. Ich will nicht die Kinder. Entschuldigung. Mariana hat die Hörger und Gabe ist schützt. Ich glaube, wir sind in der Mitte. Sie wollen etwas? Nein. Nein, danke. Ein von uns sollte sein... ...sober. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich habe mich nicht verletzt. Wenn ich herausbekommen, dass David Kinder hat, ich ihm gesagt habe, dass ich nicht verletzt bin. Ich habe ihn nicht verletzt, wer ich am вокруг ihnen. Und als er hat ergeriert, ich erinnere ihn, dass ich nicht genau meine Mutter. Ich habe mich nicht so ein Schmuck. me to change or at least you'd hope that being around the kids more would change me you know do you miss him i think about that a lot honestly i'm not sure i used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world Gabe's making me start to think they had a point His mood swings are just... I don't know Some days I just won't leave him by the side of the road I'm joking Jesus, obviously Gabe's been emotional lately I'm sure he's just, you know, going through a phase Emotional? Right That's cute Look, I love these kids But I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed Nah, he's a teenager Puberty Hormones The second you start getting boners, the whole world starts to get dark What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear Hm? Hm? Oh, that's gross Hey, Mariana, I think we must have hit a skunk or something back there I already know you guys do drugs That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana Don't tell Gabe He's the one who told me Ugh, oh my god You're even smoking in the car now? All right Everyone roll the windows down before you all get contact high We're about to make a supply stop Hm, I'm sorry Ich werde gleich mal Oder in der nächsten Folge Ich weiß nicht, wie die Zeit geht Ähm Die Untertitel mal eine Nummer größer stellen Die sind jetzt zwar auf Mittel, aber ich werde sie mal auf Groß stellen Ich habe das Gefühl, die sind nämlich ziemlich klein Schön, dass man diese Auswahl hat mittlerweile Dafür habe ich aber keine Auswahl, die Stimmen leiser zu stellen Sondern nur wieder Gesamtlautstärke und Musik Da machen die immer was falsch, finde ich Oh, okay Ugh You praying for our safety, Mari? I'm praying I find a candy bar All right What do we actually need? A candy bar Need, Mariana Not want Pretty much everything If it looks useful, let's use it All right Well, let's start with some gas And move up from there Ooh Hey, where are you going? Okay, that's cool Have fun Oh, Jesus It never ends with him I hate when they fight like that I really hate it It's like All Gabe wants to do is argue Well, that makes two of us But We're stuck with him, so At least you have your headphones Yeah, but The batteries have been dead for a couple of weeks I mostly wear them to fool you guys You sneaky little That's smart That's pretty smart It'd be nice to find some dinner In a junkyard You never know These past four years People have been hoarding all kinds of shit And all kinds of places Oh, and Mari If there's any trouble You can find one of these cars Yeah Lock yourself in and don't come out Not even once it's quiet And wait as long as you can Okay Good girl Good girl Wir haben eine Taschenlampe Und die Sire wird erstmal alles Einstellen Audio Video Video Oder? Video Größte oder Untertitel Groß Klein Groß Jetzt müssen sie größer sein Mit wem bewegen Mit Umsehen Okay Umsehen Achso Okay Okay Ich hab's jetzt verstanden Okay Oh Jetzt sind die aber wirklich Große Die Untertitel Na Leute Ich glaub das ist zu groß Sorry gerade für diese Störung Aber ich glaube das ist definitiv zu groß Okay Da zu diesen Punkten kann ich hin Ich kann natürlich auch mit ihr reden Hey Any luck kiddo I need a pen Or a pencil Just something to write with A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want I really need to do And I need a pen for it Last night Last night I was thinking About this stupid story My mom used to tell me All the time before bed I used to hate it But But then I realized I don't remember the ending It was this goofy ending She thought was so funny And I thought was so dumb I want to write down everything I can remember about everything Because if I forget And they're all gone I'm kind of gone too At least a little bit I just think that might be kind of important That's a great idea Mariana Ja so ist der Untertitel schon besser Da kann man dann auch mehr lesen Ich weiß gar nicht wie sie das gemacht hätten Wenn das jetzt groß geblieben wäre Ich glaube dann hätten sie das Irgendwie untereinander auch gestapelt Aber dann hätte das ganze Bild glaube ich Zugehämmert Ich kann das anstupsen Ich weiß nicht Man muss ja immer gucken Ob man irgendwas findet hier Ich weiß nicht Even wenn wir uns in diesem Herd Das ist es Peace Can't charm your way Out of that one And we'd be gone in seconds Hey Don't think about that We're careful We're smart We'll stay ahead of them Luck runs out Just as easily as gas There's going to be a last one You know Last tank of gas Ja gut, man muss natürlich sich irgendwie organisieren, einen sicheren Zufluchtsort finden und anbauen. Das könnte viel Gas geben. Es könnte sehr hilfreich sein, wenn wir ein paar Zeit bleiben. Die Autos hat sich jemand sehr glücklich gemacht. Jetzt sitzt es hier, weg. Kann ich alle ansaugen? Ansaugen? Absaugen. Absaugen. Oh. Das war so klar, ne? Das war so klar. Hat das schon mal einer von euch mit dem Mund gemacht? Das ist so widerlich, ne? Ach, nicht viel. Aber ein bisschen hilft. Das war so klar. Das war so klar. Was ist passiert, buddy? Ich bin schlecht, okay? Ich will es weg, aber... es wird nicht. Ich wünsche, dass wir nicht immer auf der Straße sind. Ich liebe es mit anderen Menschen. Wir sind in der Fahrt so lange. Ja, er will nicht mit uns reden, gut. Kommt, Papa. Barely anything. Ich muss mehr finden. Ich glaube, dass diese Fahrt nicht passt. Dann versuchen wir es mal damit. Bingo! So. Was haben wir denn hier noch hübsches? Okay. Normal, ne? Ich meine, was hat man sonst erwartet? Ja. 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 Es ist zu riesig, zu suchen. Es sieht nicht stabil aus. Es sieht aus, dass es hier noch mehr zu sehen ist. Dann lässt er seine Kletter hoch, bleib, ne, Kletter hoch. Oh toll, jetzt bin ich gleich schuld, dass der stirbt, bitte. Okay, Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.